Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir fahren fort mit der Sieger-Pressekonferenz und ich darf ganz herzlich das erfolgreichste Doppelzimmer des nordischen Skisports bei mir begrüßen. Einmal natürlich den Michi Heibeck als Tagessieger beim Finale in Bischofshofen und natürlich auch unseren Tourneesieger, den Stefan Kraft. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Und ja, ich darf euch gleich mal um das Statement bitten und würde da sagen, dass Dr. Stefan als frischgebackener Tourneesieger, ja, lass uns mal an deinen Gefühlen teilhaben, bitte. Ja, danke erstmal. Ja, es ist ein Traumtag heute, was da immer kümmern geht. Wenn man das so zehnmal vorspürt oder einfach nur auf den Kopf gehen lässt, das ist aber extrem cool. Und muss ja auch einfach einmal an jeden Danken sagen, der da mitgearbeitet hat und in der Internet gestanden ist. Und ja, das Ganze mit den Michi zu teilen, das ist auch wunderschön. Also alles im Grunde genommen wird, wie viel weitergeht. Okay, so my congrats went to Stefan Kraft, of course, as the overall winner of the Forest Tournament. And Mr. Heibeck, who is the daily winner from today. And I asked Stefan about his feeling and said, well, a dream has come true. It was really perfect for him and it's great that he can share this together with Michi. And so he is really very, very happy. Der Michi, oder ihr habt euch ausgemacht, glaube ich, ja, es kam so, wie ihr es eigentlich schon vorher im Vorfeld besprochen habt. Tagessieg, Weltcup-Sieg der erste für Michi Heibeck und Tonee-Sieg für den Stefan Kraft. Wobei es am Schluss ja doch nochmal ein bisschen eng wurde. Sechs Punkte, glaube ich, waren es in der Endabrechnung. Ja, ärgert es einen ein bisschen, oder bist du mit diesem ersten Weltcup-Sieg so happy, dass du den Stefan diesen Tonee fielst, glaube ich, wirklich fernst? Im ersten Moment, das ist ein Ärgern, ob man vor allem warst, oder jetzt, dass man mit denen da bekannt. Ich habe keinen anderen. Aber ich bin da überwürdig mit dem Ausgang halt. Mir war vor allem klar, dass die drei Tanspunkte an der Grafenturne ging dann. Ich habe einen Grund eingebaut, dass das nur zum Aufhören ist. Und, ja, also ich bin mega happy, dass der Tag heute ausgegangen ist. Also wir haben Scherz darüber, dass es so ausgehen könnte, dass ich den Tagessieg hole und er den Gesamtweg und dass es wirklich zwei Inden sind, der nicht. Das ist unglaublich. Also ich glaube, ja, ich begreife das beide, wenn ich weiß. Okay, my question to Michi war, of course, before the final, they were joking that he will take the daily victory and Stefan the overall. But at the end, it was very close, about just six points. Stefan war ahead in the end. Und ich fragte ihn, ob er es noch gut für ihn ist, oder ob er er noch nicht gut für ihn ist. Und er hat gesagt, nein, ich bin nicht wirklich glücklich, ich bin wirklich glücklich mit dem ersten Weltkampf-Viktor. Und es war klar, am Anfang, dass Stefan 23 Punkte ahead war. Und es ist nicht wirklich, ja, für ihn, achievable, zu gett das Gap away. Und so wir beide sind sehr glücklich. Und wir haben noch ein paar Probleme, mit dem Mobile-Phones. Aber ich hoffe, dass Sie verstehen können. Okay. So, für uns, wir können uns die Probleme lösen. Okay, any questions, Fragen von Ihrer Seite an die Athleten, bitte, dürfen Sie jetzt stellen. Ja, bitteschön. Ja, also hier, wenn wir zu Michi mitschauen, habe ich gesagt, den ist mir jetzt ganz seltsam. Ja, dass ich da und daheim ganz oben stehe, noch von weiter wie Jünger gespürt bin, weil es ist, ja, einzigartig, aber einfach trivial. Ja, dürfen wir versuchen, darf ich noch mal ein kurzes Revue passieren lassen, schaut auf die Schanzen, auf die rot-weiß-rotten Fahnen von den Fans und ja, in die Schanzen, in den Momenten. Okay, die question was, was Sie thought, wenn der National Anthem in Austria war in der Stadion? Und Sie sagten, was es unglaublich, ein wirklich outstandinges Moment. Wir haben nur ein short look zu Michi. Und er war wirklich, die Situation, und wir sehen uns zurück, also die letzten 10 Tage, die war wirklich great für ihn. So, es war wirklich ein wirklich emotional Moment, especially, weil es sein Haus hier, hier. Und er war sehr glücklich für ihn, ja, zu hören, diese Ostse und Asseln von ihm. So, ich will share the question for Michi. Ja, es ist ziemlich ähnlich wie bei dem Stefan. Es ist so ein Moment, den werde ich glaube ich länger nicht vergessen, beziehungsweise wenn er ganz erledigt nicht vergessen, wenn er den Weckriff sich feiert. Und ich habe immer auch geschärzt oder gesagt, wenn das ganze Schiff bringen ein Rundkonzept wäre, dann würde ich mir wünschen, finde ich schon so, wenn er den Weckriff sich feiert, oder in Österreich, bei der Familie, und dass er dann genauso glücklich ist, Unglaublich, und so wie das. Das habe ich immer noch mit uns hochgerissen, und habe auch noch das Unglaublich genusst. Okay, the same question to Michi, and he said, of course, it's called a very emotional moment for me, and unbelievable, because, yeah, he was always a little bit joking, and saying, wow, if I could have a wish come true, it wouldn't have been, I had to be the first victory here in Bischofshofen. And now this came true, and so it's really happy. Vielen Dank. Und jetzt haben wir gesagt, die Verteidigung, und seitdem ich ein Tor im Rundkonzept zum Heimset gestern und Heimset gemacht habe, und jetzt dann, ja, weil wir dann im Hinterhalt gut herfahren, und dass ich dann nicht wieder vorhin absetzen kann. Okay, the question was, now they have the overall victory in the Forest Tournament, and now the next two big goals are the World Championships, and of course the overall World Cup, whether they already have made some deals, and they said, well, we are, this step is done now, and for Stefan it's great that we are now jumping as the last two jumpers in the next competition, and that's quite good, because we are the last two staying on top of the hill, and this is quite a suitable solution situation for them, and, yeah, we will see. And Miki said, right, yeah, okay, the four years was the big goal for us, this is done, and now we have to define the next goals, and the U.S.C. parts Canada for the hill. Weiterely thank you. That program is extremely quick, and the program is very quick, and I'm going to talk to you later, and in Kuln, how are you going to talk to us today? Well, I have to be sure the rest of the time lost, and to be sure the hand lost, but it's not a bit difficult, because we know that it will be in two places, and that the other is not to go to Kuln, but in the future, we will see the four-fights and the next two weeks. And we will be there again. Okay, the question was that, wow, we have a lot of programming. Sorry for this. The question was that it is quite a very hard program, and the next competition at Kulm is waiting, and is there any time for celebration? And we said, well, we have two days off now, and there is, of course, time for celebration, it's not too much. And, yeah, good. Susan? Nachdem der Heinz gerade gesagt hat, wie befindet euch im Haus, wie wird denn der Rausch am Krim, oder was habt ihr euch jetzt geschrieben, wenn ihr beide hattet? Also, ich glaube, so wie der jetzt ausschaut, auf Fotos ist das ein Megaschick, wird schon zerwarnet sein, und ich bin schon riesig gespannt, wir haben jetzt heute schon die ganze Zeit gesagt, jetzt springen wir heute mal da hoch noch, und dann, zwei dort Sparta geht schon ab auf den Kult, und das wird sicher ein Megaspektake und Spielflugpartie, ich denke, wir haben das jetzt unsere Personal Best-Krong langmessen, und dann haben wir schon einige Fragen, ja, also denke ich auch erst drüber. Was ist denn das Personal Best-Krong langmessen? Von mir ist 200 Flugzeit, 288. Ich glaube, das ist machbar, das wird machen, das ist in Deutschland. Okay, die Frage war, die Coach hat gesagt, sie haben eine große Flüge jetzt, und was ist möglich, für die Skilflüge in Kult? Stefan hat gesagt, es ist gut zu haben, dass sie ihre persönliche Besten gehen können. Das ist 208 für Stefan und 214 für Michi. Der Jumping Hill, der Flying Hill sieht wirklich, wirklich großartig und großartig. Das ist eine große Herausforderung, natürlich. Michi agreed and said, of course, they will beat their personal best there and they will be looking forward to them. Any more questions? Weitere Fragen? Ansthetorin 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 Weitere Fragen? Dann sage ich herzlichen Dank, gratuliere nochmal den Tagessieger und den Tunesieger und wünsche viel Erfolg für die weiteren Stationen im Weltkampf. Dankeschön.